So Leute, hier bin ich wieder bei einem neuen Video zu Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Ihr seht schon, mein Bild hat sich geändert. Warum, werde ich euch sofort sagen. Denn ich habe mir jetzt alle DLCs geholt, ich habe mir natürlich auch alle vorherigen Teile geholt. Das war alles ein Angebot, wenn wir jetzt die Story hier durch haben, werden wir noch das Abenteuer spielen. Natürlich noch Borutos Geschichte. Davon werden wir auf jeden Fall noch reichlich zu spielen haben. Aber wir sind ja noch nicht fertig mit dem Story-Modus. Und ja, wir gucken uns mal an, was alles hergeschah. Und wie gesagt, es kommen viele, 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 viele und lange Cutscenes. Was mich manchmal echt aufregt. Aber ist halt so. Ja, wie gesagt, wir werden natürlich auch Ninja Storm 1 bis 3 noch durchspielen. Aber bis dahin dauert es noch ein wenig, denn ich habe noch andere Projekte mit euch vor. Und ja, wie gesagt, wir sind zwar 83% hier schon durch. Machen wir pro, ja, so pro Part machen wir einen so einen Story-Abschnitt. Und ja, wie gesagt, wenn die Cutscenes laufen, werde ich mal den Mund halten. Und ja, wir sehen uns dann gleich beim Kampf im Video. Und ja, wir sehen uns dann. Und ja, wir sehen uns dann. Wir sehen uns dann. Und ja, wir sehen uns dann. Und ja, wir sehen uns dann. Black Setsu, er hat irgendwie geändert. Hehehehe, endlich. Jetzt die Mutter wurde zurückgekehrt, ich kann sie zurück zurückkommen. Nur, wer bist du? Ein Kind meiner Mutter, Kaguya. Was sagst du? Sie wahrscheinlich nicht wissen, aber meine Mutter wurde verabschiedet. Bei den Händen der Sage von den 6 Pathen, Hagoromo, und seinem jüngeren Bruder, Hamura. Bevor sie verabschiedet wurde, bin ich von der letzte Umze von ihrer Macht. Ich bin mit einem Missionen, um sie zu retten. Warum würde Großbritannien das tun? Ich dachte, er hat die Tentales verabschiedet. Es sieht aus, dass du nicht richtig verstehst, was die Tentales wirklich ist. Diese Sache ist nicht wirklich der Divine Tree. Es ist meine Mutter selbst. Was? Nicht sogar Hagoromo weiß das. Er hat sogar nicht gewusst, dass ich sie verabschiedet habe, diese ganze Zeit. Die Tentales waren Kaguya. Wenn das ist die Wahrheit... ...dann das bedeutet, dass du dich nahe zu Madara hast und ihn verabschiedet hast. Das stimmt. Ich habe ihn gedacht, dass er mich hat. Dann gearbeitet als seine Shadow, um die Infinite Tsukuyomi zu verabschieden. Von der Infinite Tsukuyomi zu verabschieden, dass es so viele Chakra ist, war die Hauptsache die Hauptsache. Natürlich, Madara war nicht der einzige, die ich benutze. Ich benutze alles, was ich mit meinen Händen konnte. Ich versuchte das Feuer der Indra's Jealousie gegen Asura, durch seine Descendern. Ich selbst kontrollierte den Uchiha-Klan, wie es mir suited war. Menschen, Willen, Tradition, Geschichte... Sie wirklich... benutzt das alles? Ich erinnere mich, das ist die ganze Grund, warum ich geboren bin. Als meine Mutter weg war, ich schreibe alles und schreibe Geschichte. In anderen Worten, den Weg, die Sie alle gehen... Die Geschichte des Shinobis... war nur eine Geschichte, die ich schreibe, um zu retten, um meine Mutter zu retten. Naruto... Es ist egal, wie schwer du mich schlägst. Right, Mutter? Oh, das stimmt. Du hast so lange gedreht. Du erinnerst, die Gesichter von deinen Kindern? Ja. Das stimmt. 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 Hagoromo. Hamura. Du gehörst mir. Es ist Zeit, um alle meine Chakra. und sie wieder zu unifizieren. Naruto. Weißt du was zu tun? Ja. Wir können sie nur wieder sehen. Lass uns das machen. So. Endlich beginnt unser erster Kampf. Und mal sehen, wie wir uns schlagen. Ich bin echt nicht gut in diesem Spiel, das weiß ich. Aber wir versuchen es. Wir ziehen aber auch kaum was möglich. Ah, mein Leben. Na ja. Oh, es hat noch getroffen. Ich hab auch gesagt nicht gedacht. Und. Boom. Warum so? Landschaft hat sich geändert. Aber ich red azut für ein besonderes Teil Ogi. Der könnte auch noch auftragen. Ah. love you. Maybe you're a good guy. Okay, guys, here I go. I'll leave the rest to you. Let me hit you. Okay, guys, here I go. Okay, guys, here I go. What's the problem? Alright, here I go, so I'll just get a break. Okay, I'm gonna go straight here, too. Damn. Okay. Okay. Die Map find ich cool. Okay, cool. Sehr schön, da. Ich mag die. Ich will da momentan auch auf Netflix auf dem Naruto gucken. Ähm. Aber. Ich bin ehrlich gesagt noch nicht so weit. Jetzt! Obito, you're awake. Kakashi. Okay. Ich bin nicht tot. Ich gebe dir kurz ein Rundown. Das ist unsere Chance, Mutter. Oh, so das ist was passiert. Ich bin nicht so weit. Aber wie werden wir uns zuhörten, Kaguya? Sasuke und ich haben... Er hat sich nicht verloren. Ich bin nicht so weit. 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 Ihr könnt ihr sie nicht so weit. Das? Obito! Das Leben dauert ein bisschen Zeit. Ich muss sie beschäftigen, bis dahin. Ich kann nicht, dass du da alleine gehen kannst. Ich werde mir helfen. Ich werde auch helfen. Ich kann ein wenig Chakra sparen. Mutter, wenn wir sie nicht aufhören, sie werden uns verletzt. Wir nehmen sie zuerst. Ich muss das nicht aufhören, bis Naruto und Sasuke das Eis zu entfernen können. Das ist alles, was ich jetzt tun kann. Das wird meine letzte Rettung. Kagashi, Sakura, zurück! So, weiter geht's. Wir müssen jetzt mit Obito kämpfen. So lange, bis Naruto und Sasuke sich aus dem Eis zu haben. Oh, ich hab ihn. Oh Mann, ich hab ihn mit dir. Da kann man den Charakter wechseln. Oh. Diese drei Dingens da nicht. Dori. Oh, wenn das so weiter geht, sind wir gleich dead. Warum packen die denn nichts? Fuck! Der Sakura kann einfach nichts. Die hat ja, die hat ja noch drehen. Oh, fuck! Oh nein, noch ein. Nee, wie soll das jetzt schaffen? Ja. Nicht geschafft. Fuck! Okay, jetzt kommt der ja wieder, wenn wir weitermachen. Und jetzt kommt der Jochen. Jetzt kommt der Jaun. Stimmt. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, du machst so ein Gewalt! Was ist der Weg? Das war's! Ich hätte jetzt noch einmal Hauen draufhauen müssen und das war's! Oh Mann ey! Die Grafite hier ist super stark! Mein Körper fühlt sich so schwer! Aber sieht aus, dass sie auch viel Chakra benutzt. Du bist gut, Mutter? Lass uns das kurz und Schlussieren wir, dann gehen wir diese Dimension! Ich habe noch nicht mehr die Macht, um sie zu verletzieren. Das bedeutet, dass ich jetzt nur etwas tun kann. Ich muss die Naruto und Sasuke schützen, selbst wenn sie mich töten. Ich muss sie schützen! Mobito, du... Kakashi, bleiben Sie hier für heute. Sie? Warum? Look at your face. Now I get to be all alone with Rin. You'd only ruin things. Kakashi. Obito! Du hast mir wirklich viel gelernt. Und du hast wahrscheinlich noch ein paar Schmerzen für dich. Aber... Es ist sicher, dass du mit deinen NINJA steigst, bis zum Ende des Endes steigst. Bleib stark, und nicht mit deinem Wort. Ist das wie es ging? Ja, das ist es. Naruto, ich weiß nur, dass du das Hokage wird. Ja. Und... Kakashi. Obito! Yud. Better not come and join me for a while. Survive until... the very end. What? Come on, Kakashi. Don't give me that face. Don't make a face like that. For trash like this. Ha ha. Ha 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 ha. What's this feeling? It feels like it bubbling up from inside me. Oh, that's it. I'm happy. At the very end, I got to stand right next to my friend. I get it. That's why... I'm smiling. You don't need to be merciful towards someone who's this guilty. Kakashi. I just want you to send me off. Thank you. For everything. Let's go. Ha ha. Ha 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 ha. Why are you getting so desperate? The only thing you can change is the order that you die in. You're all such fools! Don't laugh... ...at my friend! The shotting gun? But how? Your eye was stolen! This is the power that Obito left to me at the very end. That little worm. He kept screwing with my plans right to the very end. But it's fine, Mother. They're all just... ...mine. That power... ...is mine. M-Mother? My power. Calm down, Mother! Oh no. She really must have used up too much power. She is starting to lose her mind. Who said you could use that? I will not commit anymore foolish actions committed with my chakra! And I will take care. ...so that's... ...Kaguya the Brachiale Göttin Teil 1. Und was in Teil 2 passiert, ...seht ihr im nächsten Part. Und ich hoffe es hat euch gefallen. Und ja, wie sonst. Beim nächsten Mal wieder... Haut rein! Und... Ciao! Ciao!